Ich habe mit 14 Jahren angefangen Crystal zu konsumieren und wenn man das konsumiert, dann durchlebt man die Hölle. Ich bin suchtkrank. Man hat das ja immer so in seinem ganzen Leben dann, nimmt man das ja mit sich mit. Ich bin jetzt fünf Jahre lang clean. Das Haus im Süden hat mich auf den besten Weg gebracht, was ich mir überhaupt vorstellen konnte. Die haben mir überall Stabilität und Sicherheit gegeben, dass ich auch alles richtig mache, weil ich so verwirrt war durch meine Suchterkrankung, dass ich nicht mehr wusste, was richtig und was falsch ist. Die haben mir den ganzen Lebensweg wieder gezeigt. Mir selber ging es darum, ich wollte überleben. Und wenn ich den Weg nicht gegangen wäre, hätte ich es nicht überlebt. Mein Hund bedeutet mir eigentlich alles. Das ist mein bester Freund, mein bester Begleiter. Meine Aufgabe heißt auch Verantwortung zu übernehmen. Jetzt nicht nur wieder für mich selber, sondern auch für ein Lebewesen. ig, Herr. Ach你好. Ach wie mich滿z. Mhm. Ach wieовать. Untertitelung des ZDF, 2020